Musik So, da sind wir wieder in einem neuen Part Und jetzt schauen wir mal weiter Was uns hier so erwartet Hier, den Kollegen können wir uns schon mal schnappen Beziehungsweise, er hat sich in die Luft gesprängt Lol, wenn ich ehrlich bin, wollte ich das nicht Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht da gleich aus der Sinn in die Bombe läuft Ich hoffe es mal nicht So, hier kann ich nichts machen Jakka, der hat ihn mitgenommen Alles klar, dann würde ich sagen Müssen wir, nein, 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 abbrechen Jetzt haben wir gespeichert, ist nicht so schlimm Ne, hörte, wir bringen uns eben kurz um Wir haben ja hier irgendwo einen Speicherstand So, so einfach wird das gemacht Und dann versuchen wir das erneut So, äh, genau, hier sind wir Lol Er ist ein bisschen zu weit gesprungen, muss ich sagen Kein Ding, kein Ding, kein Ding So, ähm Ach, lol Ist der jetzt schon down? Warte, 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 warte Hier ist noch einer Okay Ich glaube, ich benötige ihn nicht unbedingt Das heißt, ich kann ihn eigentlich töten Oh mein Gott Ich muss auf jeden Fall diesen einen Modokon erstmal da wegbewegen Weil, äh, sonst Stirbt er mir weg Alter Das kann nicht mein Ernst sein Ist es aber Ich weiß nicht, wie ich immer drauf komme, nochmal zu hüpfen Weil ich bin immer Ich hüpfe immer gerne, bevor ich irgendwo runterspringe Das finde ich immer voll cool Ist aber eigentlich voll die dumme Idee So, da ist der Erste Slickdown So Nope Ich will die hoch, bitte Ich will die hoch Geht leid Danke So, hier kann ich den mir dann schnappen Und dann werde ich ihn einfach ganz stumpf töten Es hilft ja alles nichts Aber der macht ja sonst nur Quatsch Und ich kann die Mine ja auch ohne weiteres zerstören Ich weiß noch nicht mehr Kommt alle mal hier hin Und dann Nee, komm, wir gehen ja am besten nochmal dahin Dann bleibt er jetzt da Ja Dann Oh, nein Speicher doch Ähm Ach, lol, da waren es zwei Ja, guck mal, wie der da hängt Wie geil ist das denn Aber wenn jetzt etwas cool ist Ähm Was wollte ich sagen eigentlich Ach so Ja, wir waren ja eigentlich fast durch Ich hätte nur noch speichern müssen, ne Aber ich glaube, jetzt machen wir das mal vernünftig und überlegt Dann läuft das auch So, jetzt haben wir da den Typen schon wieder Jetzt gehen wir mit dem in die Ecke Machen kurz, kurz einen Prozess Ich glaube, weiter können wir sowieso nicht Hüpfen können wir auch nicht Also von daher brauchen wir den nicht Hoffe ich Warte, alle Nee, warte Everybody So, jetzt wartet ihr hier Speichern Damit mir das nicht nochmal passieren kann Und jetzt Hüpfen Hier nochmal hoch Und dann Genau das Danke So Na bumm So Ihr arbeitet hier fleißig weiter Das ist ja schön Dann schaue ich mal, was ich hier machen kann Was das Ja, habe ich mir gedacht, dass das passiert So, folgt mir mal Nein Warte, 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 warte Ich habe eine Idee, warte mal Ihr könnt hier eigentlich schon mal rein, wenn ihr wollt Dann kriege ich vielleicht mehr Punkte Wenn er immer drei haben möchte Um einen zu bekommen So, jetzt habe ich einen von denen Ein so ein Blitzteil Da brauche ich nämlich keinen anderen Modokon dazu So Und euch drei nehme ich auch nochmal mit So Wir gehen hier Unten hin hier ist auch alles total sicher, Leute Komm mit So Okay, ähm Man kann nur einen haben So wie es scheint Ja, gut Speichern wir nochmal Was bewegt sich hier eigentlich? Das ist im Hintergrund, glaube ich, ne? Ja, ja, das ist im Hintergrund Gut Lol Fuck, jetzt habe ich das Ding verschwendet Ah, ich hoffe ich Ne, warte mal Ich lade nochmal Wir haben es jetzt ja hier, ne? So, jetzt springt der nämlich gleich runter Und dann, äh Lassen wir den einfach nur runterfallen da Das geht ja wohl Muss ja wohl der Macher sein Ja, weiter, das schaffen wir irgendwie Jetzt warten wir noch ganz kurz Zack Zack Jetzt liegt der Jetzt haben wir das nämlich auch nochmal hier Und können das noch behalten Speichern kurz Moment So Okay Irgendwie bringt uns das, glaube ich, hier nix Ach so Lol Ja, geilo Nein, nein, nein Ah, scheiße Wir haben es jetzt nochmal Ich warte noch, bis der andere kommt So, jetzt So, jetzt warten wir, bis der andere hoffentlich mal runterkommt Und nicht sofort roh schießt Weil das ist echt uncool Ähm Okay Ähm Wie geht das denn jetzt hier? Der kommt ja nicht weiter Warte mal, vielleicht kann ich was werfen Ich hab auch noch Bomben, ne? Ähm, ich hab keine Ahnung Ohne Witz Bitte runter, bitte runter, bitte runter, bitte runter, bitte runter Alles cool, ja? Könnt ihr bitte wieder arbeiten? So Okay Die hab ich jetzt Ich glaub ich speichern mal Die haben ja nix abbekommen Jetzt muss ich nur gucken Lol Ne, nicht so schlimm Ich hab ja jetzt Die ja in Sicherheit Vielleicht kann ich den ja Wer hab ich denn nochmal? Ach so Okay Komm schon Ne, das ist vollkommen falsch gewesen Auch noch nicht Also es geht schon in die richtige Richtung Jung, aber Ich muss eigentlich nochmal Okay Lol Nein, auch nicht So So Jetzt vielleicht Komm dann Jawohl Eins, zwei, drei So Ihr bleibt jetzt bitte hier, ja? Ihr wartet hier So Ich speichere jetzt nochmal Und schaue ich mal ganz kurz, was hier abgeht So Im Grunde genommen hat sich ja nicht großartig was getan Zu Lok Eins Sind jetzt noch Fünffünfzig Ja Interessant Gut zu wissen So So Du gehst jetzt auch hier hin Du wartest da Hier kommt ja nur einer Durch So Den hole ich mir jetzt Und dann schauen wir mal weiter Was wir mit dem machen können Eigentlich Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt Und ich kann es sich jetzt umbringen Ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt doch mal ein neuer kommt Ne Nicht mehr Wunderbar Okay, alles klar Dann können wir dich ja schon mal befreien So Dann holen wir nämlich die Oh, die anderen auch nochmal Kommt hier irgendwas? Ne So Kommt alle mit Ich hoffe mal, dass ihr nichts auslöst So Wunderbar Speichern Und ab rein So Okay Was war denn hier unten? Oh Warte Ich Nee, doch nicht Ich hätte gedacht, ich fahr jetzt hier jemanden hoch Oder so Bessert einen runter Oh man War klar Ja Ja, das hätte ich aktivieren können So Jetzt muss ich hier ganz, ganz dringend aufpassen Okay Siehste Ah Scheiße Ich habe gespeichert Ist nicht so schlimm Ähm Das ist alles gut und schön hier Aber Ich muss mich nochmal umbringen Es hilft alles nichts Da ist auch schon jemand, der mich tötet Danke Äh Ich habe da aber auch gespeichert mal Ich bin ja direkt am Checkpoint hier Da oben Ich hoffe, ich kriege den ganz linken Das wäre richtig gut Ich kann natürlich auch gegenseitig umbringen So ist er nicht, ne Na komm Der sprengt sich weg Da schläft wieder einer Hier muss ich gucken Das wird ziemlich tricky Ich speichere nochmal zwischendurch Gut, jetzt können die sich Gegenseitig haben die sich jetzt Zerschossen So, ich brauche jetzt noch den nächsten Da ist der Und die Hunde kann ich jetzt ja auch nochmal gleich wegknallen Dadurch So, stelle ich mich nämlich nur so hin So, und die beide down Das wähle ich eben kurz Dann schaue ich mal, was hier noch sonst so los ist Was kann das denn? Okay, das bringt dich nur ganz kurz nach unten Hier sind noch zwei Kollegen Ja gut, dann Geht er uns Speichern wir eben kurz nochmal Schauen wir mal Was haben wir denn hier? Hier ist das eine an Okay Wir nehmen erstmal die ganzen Kollegen jetzt hier mal mit So, ihr kommt alle mit Hier haben wir ja auch noch welche So, kommt ihr alle drauf hier? Warte mal kurz Äh, sind noch nicht alle da So, dann musst du hier noch eins hinweg nehmen Ne, ne, ich meine nach die anderen So Und du auch noch Äh, genau Und so So Runter Und dann bitte Hier rein Yay Cool Jetzt haben wir ja schon wieder einiges rettet hier in Zu-Log 1 Zu-Log 2, 3 und 4 kommen ja auch noch irgendwie, ne Das ist ja schon mal klar So, hier Kurz einen Speicherpunkt nehmen Oh mein Gott Ist nicht so schlimm Das hat ja alles noch so gelochen gelaufen Und die kommen glücklicherweise nicht auf die Idee hier runter zu springen Exzellent Och man, ich hab gar nicht gewusst, wer ich war Und cool Egal, den hol ich mir jetzt auch Mehr kann er auch nicht machen, ne Ich kann nochmal gucken, ob ich hier vielleicht mal rüberknallen kann Wobei das eigentlich recht gefährlich ist Ist irgendwas? Ne, ist nix Was ich sagen wollte, ist recht gefährlich Weil es könnte ja immer sein, dass da nachher noch irgendwie So ein VoodooCon gerade ist So, ich seh gerade, die Zeit ist auch wieder zu Ende Ich sag dann, äh, für heute auch wieder Auf Wiedersehen Und wir sehen uns im nächsten Part Bis dann Bis dann